und kommen jetzt hier schon die ersten oder was? da guckt die Mutti dumm Mahlzeit zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 days to die Where is UK? und irgendwo klopft da die ganze Nacht oder die halbe Nacht schon jemand rum ist aber nicht reingekommen und hat sich platt machen lassen von meinen, von den Baker Boys na gut, dann schauen wir doch mal, wo ist der? wo ist hier jemand an Rumkloppen? das war ein großer junger Mann am grünen Morgen wow so ich habe letzte Nacht ihr seht es hier schon ein wenig gebastelt ich habe hier unseren Laufsteg verändert ist hier irgendwo jemand? doch doch hier ist jemand hier bin ich bumm wieder Zeug ja sehr geil und Captain Klink der darf am frühen Morgen ja auch nicht empfehlen so darf ich jetzt hier mit meiner Erklärung weitermachen das können wir auch mal mit basteln so und zwar habe ich wie ihr seht hier weg gebastelt ich habe hier, hier war ja auch der Boden halb kaputt den habe ich repariert ich habe hier schon mal angefangen die Dinger weg zu machen weg zu schrauben hier mit unserem mit unserem Wüstenbohrer wollte ich fast sagen ja ich habe das so gedacht die können jetzt von vorne kommen kommen dann hier so hoch und laufen dann direkt hier so hier wollte ich noch an die Decke noch Zäune kommen noch Zäune dran bis hier hin das ist dann hier direkt gestand werden und ja die 2 Gewehre Gewehre sage ich schon die 2 Geschütztürme die werde ich hier an die Wand dran ran tackern also dann quasi hier an der Vorderseite sind dann hier der Bereich hier vorne drin und das unter Feuer nehmen können unter Beschuss nehmen können und da kommen wir hier eigentlich ganz gut voran wir werden ich werde den wo mache ich denn den hin nein wo mache ich denn den hin ich muss ja die Battery Bank ich glaube die Battery Bank versenke ich hier die Battery Bank werde ich hier drin versenken dann steht die dann hier auf so Dingen drauf dann kommt die Klappe druck dann kommt da eine Klappe druck und dann können wir von hier aus dann alles verbinden dann muss ich nichts da oben machen dann kann ich das von hier unten aus machen das ist viel einfacher und hier sind noch Löcher drin im Boden die müsste ich auch mal wieder müsste ich auch noch verbessern die habe ich nicht gesehen die habe ich nicht gesehen Leute muss ich ja ganz ehrlich sagen habe ich nicht gesehen so 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 wir machen einmal was haben wir hier Tagebuch des Jägers brauche ich irgendwas davon von dem Zeug hier ne brauche ich eigentlich nichts machen wir dann alles da rein wird dann alles da rein gepackt wir haben Droni dabei Droni hat zuerst zu trinken Droni hat Droni hat alles was wir brauchen Droni hat alles was wir brauchen ich meine hier ist leer bis auf Sprit so so nehme ich den Drop den haben wir geholt der kann weg das hier kann weg genau so und wir fahren hier zu Stufe 1 dann muss mal gucken wo das ist drüben irgendwo Sortele Paisengas hatten wir zwar glaube ich schon mal so den ein oder anderen in dem Stil aber das macht ja nichts der ist mädig ja nix da haben wir hier irgendwas ja gesünderspalten sonst was was zum verkaufen ja was zum verticken ist dabei das ist gut so rein da 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 dürfte man nicht mehr brauchen wie wie in hier da ist noch jemand wach geworden ich wäre das das wäre wohl eher draußen hat der mir trotzdem einen verpasst der hat mir trotzdem einen verpasst die kleine dumme Drecksau so schnell konnte ich gar nicht gucken hatte ich schon eine hatte ich eine sitzen gehabt so dann ja schauen wir mal säubere gebiet heißt es dann sind ja alle unten die alle unten da ist einer haha seh dich Hauptschuss einer und der andere hat sich hier versteckt ach dich habe ich auch gesehen dich habe ich auch gesehen so dann schauen wir mal hier weiter da hinten ist irgendwo einer den haben wir denn da da hat er nur noch auf dem dach dann nur noch auf die dach dann haben wir das schön ist er geflogen der junge mann na komm her und die junge frau hier auch so war es das ich hier was nein natürlich nicht ja das sollte es gewesen sein jetzt das sollte es gewesen sein so raus hier einmal gucken was haben wir gekriegt einmal gucken was haben wir gekriegt handyland ja den ganzen Rest brauchen wir nicht unbedingt den ganzen Rest brauchen wir nicht unbedingt da ist die Rest dann auch durch einladen so next 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 mit die hier bandenhaus oh one holt die von zurück ja dann haben wir das wo ist das wo ist das ah hier drüben da drüben da sehen wir uns dann auch jetzt so in wenigen minuten wenige sekunden für euch ja schon eine brutale fahrt hier raus da ja war ja schon eine brutale fahrt hier raus ja gut na gut ist hier irgendwas nein gut dann würde ich sagen warten mal wir looten den briefkasten doppelt ja nichts besonderes gebracht der briefkasten doppelt zu looten kommen jetzt hier schon die ersten oder wat da guckt die Mutti dumm ah da kommt der nächste ein schneller steve mach mal zu die Tür mach mal zu die Tür wer war die nächste Mutti hier war nur das Klo kriegt sich hier irgendwo wat nö okay nach oben nach oben die Vorräte sind oben zwar hier das heißt die Quest wäre beendet aber hier ist noch nicht alles beendet hier noch irgendwo was mit hier noch was hier ist eine Tür noch wieder runter das geht hier nicht nach oben oder was überhaupt was da oben kann da überhaupt was sein die Tasche haben wir die Tasche haben wir wie das aussieht kann es hier nichts weiter nach oben geben hier ist eine Terrasée das ist mal so ein Balkon da gibt es ja gar nichts hier da gibt es ja gar nichts hier da gibt es ja gar nichts hier oder habe ich jetzt irgendwas übersehen Leute habe ich irgendwas übersehen bin ich blind mal wieder kann natürlich sein ich bin gerne mal blind aber so blind das jetzt gehen wir mal gucken da war ein Crojodi da war ein Crojodi ist recht madame hier gucken wir ins haus rein ist anscheinend wirklich nicht viel außer so einen komisch schnellen schlecht gelaunten die wird hier nichts gar nicht da ist noch das klo und der medizin schranken hatte ich jetzt beherrschen ist hier nichts es gibt ja nicht viel langweilig ich habe richtig langweilig gab es hier irgendwas was zu erwähnen wäre 1 2 3 4 nicht so aus wir haben zweimal die dingens so moped moped machen wir das so und so dann haben wir zweimal die das 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 und das wird verkauft der rest bleibt haben wir nun aus ostrich hotel haben wir nun aus ostrich hotel wir fahren erst mal die drei abgeben ich glaube das machen wir da müssen wir morgens anfangen da müssen wir morgen schon anfangen liebe leute ja wir geben erst mal abgucken dass wir vielleicht noch ein paar kleine quest heute gebacken kriegen geschissen kriegen es erst zehn uhr aber ich bezweifle dass wir da ostrich dass wir da rechtzeitig fertig werden bis heute abend weil ich weiß dass es sehr weitläufig das ding sehr verwinkelt und das machen wir morgen in ruhe da fangen wir morgen direkt da basteln werde was auf jemanden das so wie man das so wir fahren zurück basteln noch an unserer video gute dann später ein bisschen rum machen zwischendurch noch eine oder andere stufe 1 quest für die traders und dann passt das liebe leute deal deal so wie ihr seht wir haben schon 11 uhr das ostrich hotel hätten heute nicht mehr gepackt geben wir jetzt lieber mal ein paar fest dies ab da ist wieder zeug drin das wäre einmal hier bei dir ja wir nehmen die ammo auf vierte fall da haben wir hier was in der nähe direkt 5,8 500 meter vergraben nein obwohl die vermagungen immer mal die vergraben alles gut so nix das war er hier sind weil sie hier ist leer oder war das näher die mir jetzt wird sicher sind eher Blablablabla Schrottflinde Die Schrottflinde 600 m So, und dann haben wir hier noch einmal ihn hier Wo ist er? Hä? Hä? Den von wo hat er das Dekobolt? Nee. Müsste doch dann auch hier. Hier sein, oder? Müsste doch Jenny sein. Ist Jenny. Hä? Ach nee, Jenny ist noch offen. Jenny ist noch offen. Dann kriegen wir hier ein paar Sachen verkauft. Ist auch recht. Ist auch recht. Ja, haben wir ihn noch? Irgendwo haben wir doch noch. Ist abzugeben. Genau. Genau. Dann nehmen wir hier. Dann ist das auch abgegeben. Wir nehmen hier eine neue natürlich mit. Ostrich Hotel haben wir erst. Nicht nochmal. Danke. Nein. Subway Neckrick. Das hört gut an. Das kenne ich noch nicht. Was zum Verticken? Nein. Elektrical Traps. Wiring. Sehr gut. Und nochmal ein bisschen Big Hitters. Und nochmal ein bisschen Big Hitters. So, einmal kurz zu uns fahren. Dann aus dem Moped rausholen, was wir an Zeug da drin haben. Und hier einlagern. Dafür haben wir die ganzen Scheiße hier ja gemacht. Tag ich. Was? Halt. Schippe Ritt muss hier mit rein ins Moped. Der Schippe Ritt muss hier mit rein. So, dann haben wir Buried Supply Quests. Ist nicht weit. Da sehen wir uns. Da war eine brennende Schlange unterwegs. Von dem Stimpf. Honig. Sehr gut. Honig dabei. Immer gut. Wenn Honig dabei ist, das ist immer gut. Ja, wir können mal eine Kleinigkeit trinken. Eine Kleinigkeit essen. Und dann passt das. Ich nehme das mal an. Ich habe nämlich gedacht, dass wir da raus aus dem Kreis. Ich stelle mal da vorne ab. Kommt die komische Schlange jetzt wirklich hier her? Kommt das komische Schlange wirklich hier her? Ist der mit dir? So, jetzt haben wir hier einigermaßen bereinigt. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Dann spielen wir das alte Grabespiel, liebe Leute. Hat die Mist. Ja, und du wolltest mir auf den Sack gehen. Ist mir klar. Halbi. Halbi. Spielst du auch mit? Kann weitergehen. boo, Hö, Da ist er nämlich, der Schatz. Da ist das gute Stück. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich hatte sie gerade aber auch eilig. So, wo war noch was? Hier liegt nämlich noch was rum. Einmal gießen gehen. Wo ist Moped? Das steht da vorne. Das liebe Moped. Es geht weiter. Es geht heiter weiter. Machen wir den. So, wo sind wir denn jetzt hier? Camp Karlsson. Karlsson vom Dach. Es sollte schnell gehen. Ich bin da. Ja, genau. Wo ist da noch jemand? Was ist denn da drüben los? Was ist denn da drüben los? Seid ihr schon prügeln hier vom Allerfeinsten? Ja, kommt nur alle her. So, wir haben da oben noch einen Drup. Damit hattet ihr jetzt gerade nicht gerechnet, liebe Leute, gell? Damit hatten sie nicht gerechnet. Ja. Das heißt, wir sind hier, sind wir durch. Wir sammeln jetzt hier noch das eine oder andere ein. Und das und das, das reicht schon. Hier ist doch irgendwo noch jemand. Direkt angreifen wollen, blöde Kuh. Direkt angreifen, ne? Ist klar. Ich habe dir nichts getan. Ich benutze jetzt absichtlich keine Schimpfwörter für die, aber ich habe dir nichts getan. So, das war's. Das war's. Ich bin gut. Thank you. So, wo haben wir jetzt noch was abzugeben? Macht euch bei dem gegenüber, ne? Äh. Müsste der gegenüber sein, ja. Naja. Naja. Da habe ich doch. Halt, halt. 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 Hab ich vergessen. HIV, habe ich vergessen. Heidi hole, Peots Heidi hole, kenne ich noch nicht. Ich gehe dann einmal hier hin. einmal hier rein ja dann nehmen wir die antibiotika anti biotics 3,3 kilometer beseitigen zombies cam carlson hatten wir erst nein danke dieses get it get about it get about it wir gehen jetzt noch ein bisschen basteln wir gehen noch ein bisschen basteln liebe leute haben wir mehr von als ne lasst doch das benzin da drüben uns lieber dass wir alles mit überlasten sind wir eh nicht wir brauchen einmal hier den taker den takerino ja das war das hier alles woher du bist woher du bist woher du bist You came from behind, you dumme Sau! Weißt du, machen wir da vier Leitern hin, machen wir da zwei Leitern hin? Wie machen wir das? This is how we do. Wir machen vier. Ich habe mich entschieden, wir machen vier Leitern dahin. Bei vier Leitern sind Ersatzaufgänge, falls da auf der einen sein was passiert. Und das ist ja schnell mal passiert. Ich meine, wenn ihr alle, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle Sam Days zockt, sehr schnell passiert, dass wir da mal eine Seite wegfällt. Und wir haben jetzt vier, vier Möglichkeiten hier hochzukommen. Aber wir müssen dann jetzt erstmal noch... Wir brauchen ja hier die Dings müssen wir abbauen. Option raus mit... Ja toll, hast du geschickt gemacht. Hast du geschickt gemacht. Komm mal hier dran. Hallo. Ja toll, jetzt falle ich noch einmal in mein eigenes Loch rein. Ich weiß es nicht. Gut, das geht nicht. Nein! Nein, was machst du? Blödmannsgehilfe, Verblödeter! Hier wollte ich doch dran. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, liebe Leute. Na komm, zehn Sekunden, mach mal ein bisschen schneller. Hält ja alles auf. 1. 0. So, dann schauen wir das doch wieder hier. Hier hin. Automatisch geschützt worden. Das auch noch. Okay, ich brauche Eisen und Elektro. Dann machen wir das von oben gleich. Hier unten sind wir erstmal soweit durch. So, wo ging es rein? Hier ging es rein. Hier und hier. Zack. 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 So. So. Was wollte er? Eisen und Elektro sagen. Eisen und Elektro. Eisen und Elektro. Eisen und Elektro. Und reparieren wir das. Rein hier. Das war hier. Ne. Hier müssen wir mal gucken, ob wir da ein Block hingebaut kriegen. Müsste gehen von hier aus. Sollte gehen. So, der ist zu. Den greifst du mal ab. Zack. So, dann sind wir hier wieder safe. Und dann müssen wir hier nur die beiden raus machen. Nimmst du auf. Und den auch aufbauen. So, dann haben wir das soweit klar. Die gehen wir mal hier noch oben. So, warten wir mal. So, dann sind wir. Hier. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Da muss dann auch noch Maschinen... Äh, ein Geschütztum für Dinge ziehen. Wir brauchen aber... Mach mal Zaun. Elektrozaunfrosst. Wie können wir einen hohen Fruchtbrauch? Ich brauche aber nur 10, 5 pro Seite. Danke. Die können durchlaufen. Dann brauche ich eine Kalappe. Die Stahlklappe wäre ganz gut. Geschmiede ich das Stahl und Schraubenfeder brauchen wir dafür. Geschmiede das Stahl. Die Stahlklappe deswegen, die will ich über die... Die Stahlklappe brauchen wir auch noch. Äh, die will ich über die... Äh... Stahlklappe, was man sagt auch. Den mache ich über den Generator. Dass der auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist, der Generator. Dass da nichts passiert in der Horte Nacht. Dann machen wir nicht noch Blutmont. Können wir nicht einen automatischen... Ne, können wir noch nicht. Dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht ein Schrotflinkgeschütztum kriegen. Den wir hier drüber basteln. Dass wir... Dass die... Die äh... Die Flug... Für die Flugabwehr. Für die Flugabwehr. Wir sind ja da dann irgendwo angesiedelt. Hier so in dem Bereich dürften wir ungefähr stehen. Dass dann da äh drauf geballert wird von... Von der... Was war denn hier gerade? Da hat gerade was gesehen oder nicht? Ne, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Wir haben 19 Uhr, liebe Leute. Von... Aha. Ich habe doch richtig gesehen, dass hier irgendwo was war. Liebe Freunde der Nacht. Wir sind durch für heute. Wenn es euch doch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Genauso würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mal so richtig eskaliert, was Likes und Abos betrifft. Ich würde mich sehr freuen über ein Abo. Ich würde mich über ein Like freuen. Das Abo ist natürlich kostenlos. Das Like auch. Ist ja klar. Äh... Ich würde mal hier jetzt drin 27. Wir haben aber... Kein Dings mehr. Machen wir das doch so. Lassen wir das mal da reinlaufen. Können dann nochmal ein paar Scheiben basteln. Ein bisschen kugelsiches Glas reinlaufen lassen. Wie ist das? Ihr wisst Bescheid. So. Und ansonsten... Wie ist das hier so viele Löcher? Waren hier Geier drin? Kann die sein. Ansonsten... Äh... Ja, wir sind durch für heute. Ich verabschiede mich von heute für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. 7 days to die. Where is ok? Hier auf meinem geilen Kanal. Mit dem leicht wahnsinnigen Dude. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Passt auf euch auf.